servus und hallo zu neuen video fun coaster oder so aber egal erstmal ein gutes neues jahr ich hoffe ihr seid gut rüber und so das übliche halt die pause ist vorbei hat gedauert ungefähr eine woche war jetzt pause über weihnachten neujahr keine videos keine streams kein gar nix man immer sagen es hat sehr gut getan für dieses video habe jetzt gar nicht großartig was an text vorbereitet was ich sagen will ich quatsche wieder einfach drauf los in der pause haben wir überlegt ja wie könnte es hier weitergehen und so es kommen jetzt keine großartigen änderungen oder ankündigungen alle ah gott das wird jetzt alles ganz viel und bla 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 es geht einfach darum ich möchte mich nicht stressen hört sich jetzt erstmal blöd an und so aber nö ich mag mich nicht stressen und wer es auf twitter verfolgt hat habe ja auch ratschläge bekommen unter anderem alle rasten aus und brilli b und diversen anderen leuten so von wegen wenn bevor du ein video machst so war der konsens bevor du ein video machst nur damit regelmäßig video rauskommt machen wir gar kein video und den ratschlag werde mir zu herzen nehmen vielen dank an dieser stelle mal dafür und natürlich wird es wieder ein video plan so habe ich die dinge genannt geben und natürlich schau wieder dass ihr hier einigermaßen gut mit content versorgt zeit aber wenn es nicht klappt dann klappt zeit nicht ich möchte an dieser stelle immer noch mal auf twitter hinweisen weil wenn dann schreibe ich sowas wie auf twitter wie sorry auch heutiges video fällt aus oder so hoff das wird nicht so oft der fall sein aber bevor jetzt irgendwie muss jetzt nur schnell video und das muss heute raus und so dann kommt halt mal gar nichts heraus ja toller einstieg ins neue jahr jetzt jeden weil ich habe unglaublich bock hier euch wieder videos zu bringen und endlich wieder spotlights aufzunehmen und andere videos aufzunehmen haben wirklich unglaublich bock darauf die pause war sehr gut und vor der pause habe ich schon angeteasert ein neues spiel bekommen sowohl von us ich weiß noch nicht wann das kommt ich schau natürlich dass es regelmäßig kommt und habe seitdem auch gar nicht mehr gespielt weil pause und verfolgt das mal auf twitter da sage ich was dazu vielleicht sage ich in anderen videos noch was dazu kommt auf alle fälle spiele auch demnächst freue mich auch drauf was auch noch kommt was er mit trauer anzukündigen ganz viele angespielt videos ich habe es tatsächlich in der pause nicht ganz geschafft dass ich gar nichts spielen sondern ein bisschen was habe ich gespielt und da kommen ganz viele ja was heißt ganz viele einige angespielt videos es werden auch wieder ein paar golf videos kommen wo man golf gespielt haben aber feste termine gibt es nicht wenn es kommen kommen und schauen wir mal was gleich bleiben wird was ihr so aufrecht erhalten möchte wenn es irgendwie hinbekommen sind die spotlights und zwar war ja dienstag dann das tag und samstag war immer kleine coaster spotlight ihr habt das haben nicht gehört mein handy hat gerade geschippt egal ja die spotlights möchte auf alle fälle so weit dabei behalten drei stück die woche und morgen kommt eins das habe ich schon länger zurück aufgenommen aber da wird auch im video was dazu gesagt es kommt morgen ansonsten schauen wir mal wie es weiter geht habe tatsächlich jetzt noch nix vor produziert schauen wir mal und was noch kommen wird wo mich auch drauf war was irgendwie nicht geplant war sondern so ganz spontan dazwischen gerutscht ist und zwar handelt es dabei um ein spiel das ich schon mal gespielt habe allerdings nur zu der zeit just play no talk oder so ähnlich also ohne mikro und das möchte ich noch mal spielen jetzt mit mikro und ja könnt ihr mal raten um was es sich für einen titel handeln würde wie gesagt das let's play gibt es auf meinem kanal schon und so als kleiner anhaltspunkt es ist so eine art adventure irgendwie und ich habe es nicht bei steam gekauft ohne hier werbung machen zu wollen ja auf geht's lustiges raten so was habe ich jetzt noch gesagt ich glaube in der ganzen folge bisher habe ich einfach nur gesagt das gibt es nicht das gibt es nicht das mache ich anders und keinen bock habe kein video irgendwie sowas so soll es aber nicht drüber kommen ich habe tatsächlich mega noch immer mega spaß an dem youtube an dem youtube projekt das ich hier gestartet habe entschuldigung ist es schon so die die kirre das eingesprochen habe total planlos gehe ich hier gerade dran merkt es ja schon es etwas chaotisch machen aber auch nichts ist halt dann einfach so und ja das video neigt sich auch dem ende irgendwie glaube ich und ja sage doch noch ganz kurz zu dem was was ich hier gebaut habe sag ich ja mal am anfang jetzt am ende gesetzt ist schon ein fun coaster und es ging ja darum die autobahn irgendwie zu verkleiden bzw einzumauern mit terraforming konnte nicht mehr höher bauen weil maximal 200 meter höhe und in dieser höhe befinden wir uns das glaube ich habe in der letzten folge nur irgendwie gesagt vom fun coaster egal jedenfalls haben wir gedacht baue ich was drum rum passt optisch jetzt vielleicht nicht wirklich so zusammen so zur autobahn und so hat sie aber angeboten eine burg einfach weil burg kann man groß bauen kann man viel bauen kann man viel drin verstecken und drum eine burg übrigens die zugbrücke die irgendwann am ende des videos gebaut wird also dieses vorgefertigte teil zugbrücke das kommt komplett wieder weg weil der baue selber eine brücke hin ja war jetzt ordentlich chaotisch und macht aber nichts seid ihr ja gewohnt ist so rückmeldungen jeglicher art bitte gerne in die kommentare wenn ihr noch irgendwie fragen habt oder so alles in die kommentare ich beende das video an dieser stelle auch uns dann ein etwas kürzeres video ist aber was sie sagen wollte haben glaube ich sagt es geht auf alle fälle weiter hier auf youtube video plan kommt demnächst irgendwann mal vielen dank fürs ansehen waren die jetzt bei